Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie wir denn auf YouTube wachsen können. Ich habe mir hierzu sehr viele Videos auf YouTube angeschaut, weil ich eben auch meinen YouTube-Kanal hier aufziehen will. Zum Beispiel habe ich mir hier dieses Video von MrBeast angeschaut, wie er mit so einem YouTube-Ingenieur redet und wie die darüber sprechen, wie man mehr Views auf YouTube bekommt. Und MrBeast, wer ihn nicht kennt, ist so, ich glaube, der zweitgrößte YouTuber da draußen. Der hat über, weiß ich nicht, 50, 60 Millionen Subscriber. Ja, er verrät halt hier in diesem Video, wie man das Ganze macht. Das kann ich auch unten verlinken. Und ich zeige dir, was ich getan habe, um mehr Aufrufe zu bekommen. Und ja, es hat auf jeden Fall funktioniert, weil das hier wurde mir die letzten Wochen bei YouTube angezeigt, dass mein Kanal über 70 Prozent gestiegen ist, die Aufrufraten. Und ich habe auf jeden Fall dieses Video und diverse andere Videos jetzt in diesem Video zusammengefasst. Und ich hoffe, dir hilft das dann auch, auf YouTube zu wachsen. Ja, im Grunde genommen, was MrBeast sagt, dass man bei YouTube genau auf zwei Dinge achten muss. Das ist einmal die Watchtime und die Clickthru-Rate. Die Watchtime ist, wie lange sich denn jemand dein Video anschaut. Also jemand klickt auf dein Video und wenn er sich das bis zum Ende anschaut, dann zeigt das eben dem YouTube-Algorithmus, dass das ein klasse Video ist. Und dann zeigt er das eben noch anderen Besuchern auf YouTube. Wie du das hinbekommst, ja, dafür musst du halt einfach bessere Videos drehen. Und aber als kleiner Tipp, du kannst unter den Videos immer sehen, in der Analyse siehst du hier immer so ein Report, wo die Leute denn gucken und wo die abspringen. Zum Beispiel hier am Anfang springen ein paar ab, dann schauen die diesen Teil sehr oft von diesem Video und ganz am Ende springen total viele ab. Und dann kann ich halt hingehen, okay, was habe ich jetzt hier am Ende gemacht? Und kann mir anschauen, was da war und dann kann ich eben diesen Teil in Zukunft vermeiden. Das ist so das, was MrBeast auch dazu in diesem Video gesagt hat und klingt auch irgendwie logisch. Aber ich finde es auch immer gut, wenn es einem einer nochmal sagt, dass man eben hier diese Spikes, das zeigt der YouTube hier oben ja auch an, Spikes und Dips, also Spike ist das hier und ein Dip ist das, wo es runter geht. Versuch mehr von diesen Spikes zu haben und weniger von diesen Dips und dann ist eben deine Watchtime auch verbessert. Ja, und das zweite Wichtigste und hier kommt jetzt ein ganz cooler Trick, also halte ich fest, nein Quatsch, ist die Clickthrough Rate. Und zwar wird die Clickthrough Rate eigentlich nur von deinem Thumbnail, also dem Vorschaubild und dem Titel beeinflusst. Also je überzeugender dein Vorschaubild ist und der Titel, desto eher klicken Leute eben da drauf. Und wie du hier siehst, kannst du dann gucken, die wird dir dann auch hier unter der Videoanalyse angezeigt, ich habe das hier auf Englisch, sorry, unter Reach und dann zeigt der dir hier die Clickthrough Rate an und dann ist das hier meistens so eine Zackenkurve. Und die kannst du eben beeinflussen, indem du besonders gute Thumbnails machst. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das kann ich dir hier oben verlinken. Ich mache die tatsächlich hier in diesem Programm auch in Canva. und ich kann dir das mal zeigen, wie ich das mache. Ja, hier siehst du so eine Auswahl von meinen Thumbnails. Du siehst, ich gebe mir sehr viel Mühe, zum Beispiel die beiden hier im Vergleich. Einmal hier, wo ich mich so ausgeschnitten habe mit so einem weißen Hintergrund. Das kannst du auch mit Canva in der Pro-Version machen. Ja, und früher bin ich halt immer hingegangen und habe dann irgendwie Freunde gefragt. Ich so, hm, welches findest du besser? Aber das war dann auch irgendwie nicht zufriedenstellend, weil immer der eine hat gesagt, jo, ich find das besser, so machen das YouTuber. Und der andere hat gesagt, nee, das sieht irgendwie eleganter aus. Und dann stand ich da mit zwei Antworten, die gegensätzlicher nicht sein könnten und wusste nicht, welches ich nehmen konnte. Ja, und da bin ich jetzt auf ein relativ cooles Tool gestoßen. Das heißt TubeBuddy. Und TubeBuddy hilft dir halt dabei herauszufinden, welches Thumbnail eben besser ist. Und du kannst das hier einfach install for free. Das ist so eine Chrome-Extension oder bei Firefox heißt das, glaube ich, Add-on. Also das geht dann im Browser. Und dann kannst du eben hier, ich zeige dir das mal kurz hier unter dem Pricing, kannst du eben Video-A-B-Testing machen. Das heißt, du kannst dann sagen, ist Thumbnail A oder Thumbnail B, welches ist jetzt davon besser? Das ist relativ teuer. Aber wenn du länger dabei bist bei YouTube, habe ich nicht lange überlegt, weil diese Information ist super viel wert, zu wissen, welches Thumbnail eben besser funktioniert. Das geht relativ einfach. Wie gesagt, du findest den Link unten in der Beschreibung. Damit kannst du das einerseits for free testen und andererseits hilfst du hier meinem Kanal noch ein bisschen zu wachsen. Also ich wäre dir sehr dankbar, wenn du den Link nimmst. Aber sobald du dann da drin bist, kannst du hier unter AB-Testing manage. Und hier kannst du eben hingehen und unterschiedliche Thumbnails gegeneinander testen. Das ist halt unheimlich wichtig, weil du dann herausfindest, welches Thumbnail die höhere Click-Through-Rate hat, also wo im Endeffekt mehr Leute draufklicken. Du kannst hier einfach auf Create AB-Test gehen. Dann wählst du hier eines deiner letzten Videos aus. Und dann kannst du hier entweder ein Thumbnail testen oder sogar Metadata testen. Also das heißt, den Titel oder die Videobeschreibung oder die Tags gegeneinander testen. Aber ich habe bisher immer nur die Thumbnails getestet, weil das alleine bringt schon genug. Genau, und dann stellst du im nächsten Schritt die Dauer des Tests ein. Und da geht er eben hin, zum Beispiel jetzt bei 14 Tagen. Im ersten Tag zeigt er dieses Thumbnail und im zweiten Tag zeigt er dann eben den anderen Kandidaten. Den können wir jetzt hier hochladen, einfach auf Continue. Ja, und schon ist der hier hochgeladen. Und hier siehst du jetzt diesen AB-Test, also Kandidat A, Kandidat B. Und das ist so ein radikaler Test. Also hier habe ich wirklich zwei ganz unterschiedliche Ansätze gefahren. Einmal hier so einfarbig in Rot und einmal hier mischt mit drauf und den Hintergrund so ein bisschen in Weiß. Da würde ich jetzt herausfinden, welches besser ist. Aber dann würde ich euch empfehlen, dass ihr immer nur einen Teil von diesem Bild hier, von diesem Thumbnail ändert, damit man eben am Ende weiß, woran es gelegen hat. Also ganz am Anfang versuche ich immer viele verschiedene radikale Ideen. Und dann versuche ich eben immer nur ein Detail zu ändern von diesem Thumbnail. Ja, dann klicken wir auf Start. Und dann siehst du hier, so würde das dann anfangen. Und das läuft dann 14 Tage und hier rechts siehst du dann irgendwann die Ergebnisse. Ja, ich kann euch das mal eben hier an diesem Test zeigen. Hier teste ich eben zwei verschiedene Thumbnails zum Thema YouTube-Tags. Und hier fahre ich auch so ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Hier so ein bisschen schlichter und hier so ein bisschen den Vorteil hervorheben. Und hier siehst du, der Test läuft gerade mal seit vier Tagen. Also der braucht noch wesentlich mehr Daten. Aber man sieht schon einen relativ klaren Ergebnis. Und zwar ist die Click-Through-Rate von Kandidat A hier bei 4,76% und hier fast doppelt so hoch bei 8%. Also Click-Through-Rate heißt immer, wie viele Leute klicken von 100 da drauf. Also von 100 Impressionen. Wie viele Leute sehen das und wie viele Leute klicken das dann. Dann siehst du hier noch die Watch Time. Und hier oben, ganz wichtig, hier zeigt er dir sogar eine Signifikanzberechnung an. Und sobald das Signifikanzniveau über 95% ist, dann ist dieser Test eben signifikant. Und dann hast du eine statistisch valide Aussage. Also wie du siehst, das Ganze ist höchstwissenschaftlich. Aber eben relativ cool, weil du hier auf einen Blick siehst, welches Thumbnail eben mehr geklickt wird. Und hier unten, ganz wichtig, siehst du auch, wo jetzt mehr geklickt wird. Zum Beispiel hier in YouTube Search. Das sind eben die Suchergebnisse. Dann Suggested-Videos. Das sind die Videos, die rechts am Rand kommen. Ja, das Feature ist eben unbezahlbar für mich von TubeBuddy. Seitdem ich das angefangen habe, sehe ich eben, ja, du siehst es ja selbst, findet man eben die besten Thumbnails. Und das führt eben dazu, dass eben mehr Leute auf deine Videos klicken und dass YouTube dich dann mehr mag. Und du, deine Videos eben noch mehr Leuten angezeigt werden. Also deine Impressionen steigen und deine Klicks steigen. Und dann steigen eben auch deine Aufrufe. Ja, zusammengefasst. Wenn du 2021 deinen YouTube-Kanal wachsen lassen willst, dann würde ich dir zuerst empfehlen, dass du hier vielleicht auch dieses Video guckst. Ist leider in Englisch. Aber zusammengefasst musst du eigentlich nur die Watchtime verbessern, also bessere Videos drehen, dass die Leute das von A bis Z gucken. Und die Click-Through-Rate hängt meistens von dem Thumbnail und von dem Titel ab. Und das kannst du eben hier mit TubeBuddy testen. Du kannst hier das erstmal for free installieren. Und wenn du dann, ja, den ersten Test fahren willst, kannst du hier upgraden auf 49 Euro im Monat. Du kannst das dann auch monatlich wieder canceln. Also ich behalte das jetzt vielleicht zwei, drei Monate, spiele da ein bisschen mit rum, lerne ein bisschen mehr, was gute Thumbnails sind. Und dann beende ich das vielleicht auch wieder, bis ich dann neue Ideen habe. Also das kannst du immer so ein bisschen on-off machen. Und du kannst hier auch vielleicht auch erstmal mit dem Starterplan starten. Weil hier kannst du dann Tags und Keyword-Research auch mitmachen. Das habe ich auch noch in anderen Videos gemacht. Die zeige ich dir auch noch unten in der Beschreibung. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und hilft dir, seitdem ich mich auf diese beiden Größen konzentriert habe. Ist halt hier, wie gesagt, das hier passiert. Und ich bin da recht happy mit. Deswegen möchte ich dir das weitergeben hier von YouTuber zu YouTuber. Und als Dankeschön würde ich mich freuen, wenn du dich für TubeBuddy entscheiden solltest, dass du das dann über meinen Link unten in der Beschreibung machst. Das hilft mir halt hier noch mehr Zeit und Aufwand in meine YouTube-Videos zu stecken. Vielen Dank. Ciao.